Ja, ich zeige euch jetzt kurz ein weiteres neues Produkt von den Füchsen. Zum einen habt ihr hier unsere neue Digitalwaage. Die ist dafür ausgelegt, dass man hier oben einen Waybar einhängt, um den Fisch genau wiegen zu können. Da haben wir auch was Neues für euch. Hier unsere Waybar, die ist dreiteilig, kommt in so einer kleinen schönen Neopren-Tasche. Es sind zwei Hartplastik-Haltegriffe dabei, die man hier an dieser Gewindestange zusammenschraubt. Hier legt man dann dieses Metallteil ein, schraubt es zusammen. Wie ihr sehen könnt, ist das fixiert, kann also nicht mehr raus. Und ich habe jetzt verschiedene Optionen, mit dem Waybar zu wiegen. Zum einen kann ich hier die Waage einhängen, kann es hier entsprechend hochheben, um das genaue Gewicht zu ermitteln vom Fisch. Oder aber die andere Option ist, ich kann hier hinten einen Bankstick einschrauben und kann den Fisch dann praktisch anhand vom Bankstick hoch liften. Einfach dann so hochheben und die Stange hält dann praktisch das Gewicht und ich kann genau ablesen, wie schwer der Fisch ist. Ja, ein weiteres geniales Produkt aus dem Fuchsbau.